Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 16. Oktober. Gut, am Vortag hatten wir dann letztendlich den starken Kurseinbruch gehabt. Wir sind dann bis 12.599 Punkte im Tagestief nach unten durchgebrochen, haben dann natürlich auch per Gapdown den 50er EMA nach unten durchbrochen bei 12.850 Punkten ungefähr, damit ein frisches neues Short-Signal generiert, konnten uns dann aber im weiteren Tagesverlauf dann gegen Handelsende wieder etwas erholen und schließlich dann knapp über 12.700 Punkten bei 12.703 Punkten aus dem Handel gehen. Vorwürstlich notieren wir am heutigen Freitag wieder etwas höher im Bereich von 12.740 Punkten ungefähr, insofern dürfte sich dann die Korrektur, die Aufwärtskorrektur vom Vortag, die Gegenbewegung nach dem Kursrutsch dann etwas fortsetzen. Ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich nur hier diesen Bereich um den 50er EMA anlaufen und wahrscheinlich bereits dann wieder nach unten abdrehen werden. Sollte sich die Aufwärtskorrektur dann weiter fortsetzen, dann wäre natürlich hier das obere Gap im Bereich von 12.975 Punkten das Eröffnungsgap vom Vortag, dann das Anlaufziel der Bullen. Aber warten wir erstmal ab, ob wir hier diesen 50er EMA nach oben durchbrechen können. Falls ja, dann müsste man mit einem weiteren Hochlauf rechnen Richtung oberes Gap. Falls nein, dann dürften wir hier in diesem Bereich wieder nach unten abdrehen, könnten hier eventuell dann Short-Positionen erwägen und dürften dann langfristig Kurs nehmen hier auf den 200er EMA aktuell im Bereich von 12.400 Punkten. Wir schauen uns nun eben den neuen Tagesschart für den heutigen Freitag mit den neuen Markierungslinien an. Gut, für den heutigen Freitag hat sich an der Trendausrichtung erst einmal nichts geändert. Wir sind im Kreis weiterhin rot. Insofern gehen wir hier von weiter fallenden Kursen aus. Im Short-Bereich befinden wir uns heute zwischen 12.800 bis 12.850 Punkte, hier direkt unter dem 50er EMA. dieser blauen Linie hier. Und der Long-Bereich würde sich dann etwas tiefer hier ergeben, bei 12.500 bis 12.550 Punkten hier an der langfristigen Unterstützung. Die Short-Long-Linie für den heutigen Freitag befindet sich bei 13.000 Punkten. Solange wir unter 13.000 Punkte bleiben, ist dann danach wieder mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die befindet sich so hoch, weil wir ja hier noch das offene Gap vom Vortag haben, bei 12.975 Punkten, was dann bei einer Gegenbewegung eventuell geschlossen werden dürfte. Und nachdem dieses Gap dann dicht ist, dürfte der DAX dann aber wieder nach unten abdrehen. Erst wenn wir über 13.000 Punkte wieder ansteigen könnten, dann dürften wir wahrscheinlich Kurs nehmen auf den Bereich dann von 13.100 Punkten und schließlich hier dieses Verlaufshoch bei 13.151 Punkten anlaufen. Aktuell rechne ich aber da eher damit, dass wir hier in diesem Bereich um den 50er EMA wahrscheinlich wieder nach unten abdrehen werden, hier ein Verlaufshoch bilden werden und dann den Bereich ansteuern werden um 12.500 bis 12.550 Punkte. Wir machen dann weiter mit dem Wochenchart. Im Wochenchart haben wir hier am Vortag genau das untere Tief hier, die untere grüne Markierungslinie erreicht bei 12.610 Punkten. Die lagen ganz knapp darunter mit 12.599 Punkten, aber diese Markierungslinie hat dann wieder gehalten. Insofern, diese Wochenlinien, die sind sehr wichtig für den weiteren langfristigen Verlauf und sollten dann bei der Entscheidung im Tageshandel mit einkalkuliert werden. Also diese grünen Markierungslinien sind dann eben immer gute Möglichkeiten, wo der Index dann im Tageshandel eventuell wieder nach oben abdrehen könnte. Diese Bereiche sollten dann im Intraday-Handel genau beobachtet werden beziehungsweise die roten Linien, rot und dunkelrot, sind dann eben diese Bereiche im Intraday-Handel, wo man dann eventuell Short-Positionen erwägen könnte. Eine weitere Regel dieser Markierungslinien im Wochenchart ist, das hatte ich schon öfter erwähnt, dass ein Durchbruch nach oben in der Regel zur Folge hat, dass wir direkt weiter hochlaufen, dann zur dunkelroten Markierungslinie mittelfristig, sowie ein Durchbruch nach unten unter die hellgrüne Markierungslinie in der Regel dazu führt, dass wir dann auch die nächst tiefere anlaufen, nämlich dann die dunkelgrüne, wie am Vortag dann auch geschehen. Der nächste Widerstand befindet sich dann auch im Wochenchart hier im Bereich um 12.950 Punkte, darüber, knapp darüber, bei 12.975 haben wir noch das offene Gap. Insofern wäre ein Hochlauf möglich in diesem Bereich hier zur hellgrünen Markierungslinie und brechen wir hier nicht nach oben durch, dann dürften wir hier wieder nach unten abdrehen und dann erneut hier die dunkelgrüne anlaufen bei 12.610 Punkten. Ich werde die Markierungslinien dann dementsprechend noch anpassen, je nach Verlauf. Aktuell bleiben die erstmal gleich, die haben sich ja auch bestätigt. Sollte sich da was ändern, dann werde ich das am Montag im Morning Call dann anpassen und dann die neuen Markierungslinien für den Wochenchart mitteilen. Gut und abschließend werfen wir dann noch einen Blick auf den Monatschart, den wir hier vorliegen haben seit dem Januar 2009 bzw. Ende 2008. Wir befinden uns hier weitgehend über der Ichimoku-Wolke in den vergangenen Jahren. Wir konnten hier im Coronavirus-Crash zunächst kräftig nach unten durchbrechen, damit ein sehr bärisches Signal generieren. Durch die massive Gegenbewegung infolge der Geldflut der Notenbanken und der massiven Hilfspakete der Regierungen in der Corona-Krise konnten wir dann aber relativ schnell wieder hier über die Ichimoku-Wolke ansteigen im Monatschart, was eigentlich sehr selten vorkommt in dieser Geschwindigkeit. Wir sind dann aber trotzdem hier am Widerstand gelandet, konnten hier dann nicht mehr weiter nach oben ansteigen und dürften hier wahrscheinlich den dritten Hochpunkt ausbilden, nachdem wir schon in den Vorjahren hier immer wieder in diesem Bereich nach unten abgepreist sind. Wir haben außerdem hier in den Monatskerzen seit Juli schon Schwäche angedeutet. Die Julikerze, die war ohnehin sehr bärisch mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen schwarzen Kerzenkörper. Im Monat August konnten wir dann noch einmal ansteigen, aber im September hatten wir dann eine neue schwarze Tageskerze ausgebildet und jetzt im Monat Oktober deutet sich aktuell nach der Hälfte des Monats wieder Schwäche an. Ich bin gespannt, ob wir dann in den nächsten zwei Wochen im Oktober noch die Wende schaffen und noch einmal kräftig ansteigen können oder ob wir diese schwarze Monatskerze im Oktober dann beibehalten und damit dann erneute Schwäche andeuten. Sollten wir weiter abgeben, dann dürfen wir im Monatschart zunächst einmal den unteren Fibonacci-Fächer anlaufen, genauso wie in den Vorjahren. Da sind wir ja auch immer wieder am unteren Fibonacci-Fächer hier nach Korrekturen im Monatschart dann wieder nach oben abgeprallt. Das könnte diesmal ebenso wieder stattfinden. Brechen wir hier aber nach unten durch, wäre das ohnehin dann ein sehr bärisches Signal mit einem weiteren Durchbruch hier unter die Ichimoku-Wolke und dann dürften wir dann wahrscheinlich den nächst tieferen Fibonacci-Fächer anlaufen, hier aktuell ungefähr im Bereich von 10.000 Punkten. Gut, und damit werden wir dann mit dem ING Markets Morning Call erstmal durch. Am heutigen Abend kommen dann wieder die neuen COT-Daten. Da bin ich dann auf die weitere Entwicklung gespannt, ob die Commercials gerade ihre Short-Positionen im S&P 500 dann weiter ausbauen oder ob da wieder ein Abbau Richtung Long stattfindet. Die COT-Daten kommen um 21.30 Uhr am heutigen Abend. Die werde ich dann am Montag im ING Markets Morning Call oder dann später im ING Markets Schadflasch am Montagnachmittag besprechen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Handel, ein erholsames Wochenende und melde mich dann später noch, je nach Verlauf, dann mit Kommentaren unter dem Video oder dann am Montag wieder mit dem ING Markets Morning Call.